Dieser zu erwerbende sanierte 5,5 Zimmer Bungalow liegt in Heilbronn-Neckar-Gartach. Dieses Zwei-Etagen-Haus wurde im Jahr 1978 erbaut und 2014 saniert. Es wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Das Gebäude verfügt über einen Keller und einen Garagenparkplatz. Es hat drei Schlafzimmer, zwei Badezimmer und eine Gästetoilette. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 432 Quadratmetern weist das Haus eine Wohnfläche von ca. 198 Quadratmetern. Der Kaufpreis des Objekts beläuft sich auf 449.000 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher.